Was ist hier geschehen? Wart ihr, kein Ding an das? Ey, ich töte euch, ey. Habt ihr diesen epischen Matrix-Sprung gerade gesehen? Ah, da. Also ich werde diese Kreaturen-Puzzle auch noch ein bisschen weiterführen, weil ich möchte mein Vieh ja auch ein bisschen besser machen für den Verlauf des Spiels. Also, ja, stellt euch darauf schon mal ein. Ja, wir haben neue Waffen bekommen. Neues Horn, das werde ich auch benutzen. Und ich will endlich mal neue Augen, nicht diese behinderten kleinen Dinger, Stabaugen. Das ist doch nicht mehr schön. Nichts schön. Ja, jetzt kann ich die benutzen. Ja, jetzt kann ich schneller laufen und höher springen. Das ist perfekt. Ich brauche nicht eigentlich. 150 und die 75. Ja, ne, kann ich nicht. Okay. Äh, ja. Dann geht's weiter. Hm. Juck, das war doch ganz doll. Ja, komm. Kennen wir schon alles. Und jetzt haben wir schon 31 Leben. Das heißt, wir sind jetzt besser ausgestattet. Och, ne, ich hasse dieses Ding. Kannst nicht mal weit raus ins Meer schwimmen und nie wieder, nie wieder kommen. Oh. Wo ist der Knochen? Äh. Wo die meisten... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, da sind zwei. Äh. Ne, doch nicht. Ah. Nicht ins Wasser. Ja, wo... Ich wollte gerade sagen, wo die stehen, sind meistens hypergroße Knochen. Und wir haben Fliegen. Unser erster Flügel. Und ich will diese Knochen da haben. Da seht ihr diese riesigen Fischknochen. Da kommen epische Dinger raus. Naja, die besten Dinger. Und es verfolgt, dass... Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Rückwärtsgang, rückwärtsgang, rückwärtsgang. Und wir laufen, wir laufen, wir laufen. Uaaaaah. Ja, du kannst uns wie schreiben, wie du willst. Du kriegst und nicht. Hey. Nein. Wir können nämlich springen, doch du nicht. Och. Der darf doch nicht auf mich an. So, ja. Äh, was kommt jetzt? Jetzt versuchen wir... Diese dummen Dinger da... auszulöschen. Wie hießen die Dinger? Lachs, Glocks oder wie die Dinger hießen? Keine Ahnung. Wieso haben die nur Alpha-Männchen? Das finde ich total unfair. Total unfair. Tch, 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 tch. Ähm, ja. Okay. Hm, ja. So. Obwohl wir diese neuen Füße haben, sind wir nicht sehr viel schneller. Wir laufen immer noch wie ein Idiot langsam durch die Gegend. Es wird Zeit, dass wir Flügel kriegen. Es wird Zeit, dass wir endlich besser werden. Guckt ihr euch das an. Die haben 50 Leben. Och, nee. Und macht so viel Schaden. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ähm, ja. Ich laufe weg. Ja, meine zwei Teamkameraden. Ohne Probleme getötet. Ich glaube, ich laufe erst mal was am Anfang. Wir brauchen ja nicht mehr so viel DNA. Ähm, ja. Ja. Jo, jo, jo. Heile ich mich erst mal? Ich habe Hunger. Merke ich gerade. Äh, ein bisschen Hunger. Hi. Okay, die Musik war gerade düster. Und es wird auch Nacht. Nacht ist cool in dem Spiel. Ja, ist cool. Hm, wie viel Leben haben die? 50 Leben ist zu stark. Wir haben doch ein paar schwächere, äh, Typen. Och, nee. Lauft. Oh, genau. Oh. Meine Gott. Mein Gott, ey. Die Dinger sind nicht... Ja, hier haben wir ein paar schwächere Dinger. Und erst mal ein bisschen Essen. Schau, ne, schau mal. Ja, das ist der Vorteil einer, als was man kann, kann man auch von Sanzen fressen. Man muss nicht Sachen, Typen töten, um, äh, irgendwie... Und wir haben ein beschissenes Auge bekommen. Sehr toll. Hö, 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 hö. Ich bin stolz. Aber auch. Und ich laufe, ich laufe, ich laufe. Boah, die machen mir alle so wie Schaden. Ich muss noch vier von denen töten. Das gibt es nicht. Oh, jetzt laufe mich dem Buschplatz. Rauf, rauf, rauf. Ach, so leckerer... Leckeres Übschen vielleicht. Och, wieso reifen die nicht an? Was hab ich denen getan? Was wollen die? Mann. Ist das gerade ein Bug oder wieso hat der so große Auge? Ey, ich nehm den mit. Ich nehm den mit. Also, also... Guck euch dieses Club-Ding an. Oh mein Gott, der hat die große Augen. Oh mein Gott. Ich mein natürlich, aber... Ich hatte so große Augen. Der kommt auf jeden Fall mit. Egal. Ja, und wir gehen wieder da zurück, wo wir diese schwachen Dinger... Die uns trotz... Nein, die haben uns nicht getötet. Ich korrigiere mich. Ich korrigiere mich. Das andere Vieh hat uns getötet. Club Schilhoff vor... Läuft vor. Der kann am meisten sehen und läuft behindert. Wieso hat der so... Die Teile so groß? Die Füße sind auch so gigantisch. Da, gut. So, auf jeden. Oh. Oh, oh, oh. Ah, gut. Und unser Gehirnwächs wieder. Ja. Das ist schön. Ja, freudig. Juhu, juhu. Und wir haben 46 Leben. Das ist perfekt. Jetzt können wir schon ein drittes Rudel mitnehmen. Das ist noch perfekter. Und jetzt gehe ich aber erstmal zum... Nice, zurück. Wir haben immer noch so... Na, dumme Teile. Wir können noch nicht sehr viel machen. Das ist ein 250er. Und wir machen eine nächste Romanze. Da ist unser Vieh auf. Und, äh, dann... Das war's. Das war's dann auch schon für heute. Ja, komm. Die umziehen schon alles. Ähm... Oh, wir können uns eigentlich kaum was leisten. Aber die großen Augen schon. Nein, ich werde mir das nicht reinmachen. Ich weigere mich. Ähm... Ja, was können wir uns denn machen? Wir könnten uns Flügel machen. Oder das hier? Okay. Ich glaub, wir machen uns neue Hände. Wir machen mal die erstmal weg. Dann können wir uns die leisten. Und... Ähm... So. Könnte ich mir das? Nein, könnte ich mir nicht. Ich brauch unbedingt neue Augen. Das geht gar nicht. So. Nein, wir ziehen nicht zu uns. Das kann ich nicht wieder springen. Hat man jetzt immer noch so Glubsch-Augen? Nee, leider nicht. Der Backel ist weg. Schade. Ja, okay. Dann sag ich... Äh... Ciao. Und... Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.